Herzlich Willkommen zu unserem neuen Format Fingersteuern. In diesem Format geht Jordan gegen Semian. Die beiden Bedienerkunden in den verschiedenen Läden. Der einzige Unterschied ist der eine von den anderen feststeuern. Natürlich mit versteckten Kameras, weil sonst die Leute sehen. Der heutige Verkäufer von diesem Laden ist Jordan Al Manier. So Freunde, ich werde den Jordan jetzt auseinandernehmen. Ihr seid live dabei. Und wie geht's dir, Torben? Mir geht's sehr beschissen. Das wird so Spaß machen, Freunde. So, warte mal ein bisschen. Na du Stinkbombe? Hast du heute gefurrt heute Nacht? Na du Stinkbombe? Hast du heute gefurrt? Hast du heute gefurrt? Hast du auch da reingekackt? Hast du heute reingekackt? Ja. Jetzt geh mal hin. Sehen Sie das? Sehen Sie das? Sehen Sie das? Sehen Sie das? Geh mal zu ihm. Geh mal zu ihm. Kannst du doch nicht reden oder was? Sehen Sie das? Guck mal da hin. Richtig tief da rein. Geh mal richtig tief da rein. Da ist ein Punkt, ne? Ja. Sing mal richtig laut. Oh Michael Jordan! Oh Michael Jordan! Oh Michael Jordan! Ja, 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 ja. Geh ab, geh ab, geh in die Mitte. Oh Michael, Michael, Michael Jordan! Geh in die Hand, nehm ihn in die Hand! Geh in die Hand! Geh in die Hand! Tanz, tanz, tanz! Fackst du dich grad ab, sag scheiße, scheiße! Geh mal, fahr mal Rupas, wir werden uns verhassen! Fah ich so! Fang an zu weinen zu singen, weinen zu singen. Fühlt sich her, Rupas! Was macht ihr hier? Die haben mich verletzt! Die haben mich verletzt! Flick dich! Es ging ein Weg ganz allein! Flick dich! Doch der Rup kam allein zu mir ganz allein! Nicht in diese Lieder! Hey Rupas! Gleit die Chips sind kaputt! Die Chips sind kaputt! Schöne Männer zahlen heute nichts. Schöne Männer zahlen heute nichts. Schöne Männer zahlen heute nichts. Du bist so hübsch, weißt du das? Du musst dich doppeltzahlen! Weißt du das eigentlich, du bist so hübsch, ne? Ach, hör doch auch, ey. Leg das mal hin! Leg das mal hin! Kleine Ehrlich! Sag mal ehrlich! Sag mal ehrlich! Chris? Bist du... ...ein Cola-Trinker? Bist du ein Cola-Trinker? Kennst du Weihnachtsmann und Coca-Gee? Kennst du den Weihnachtsmann und Coca-Gee? Kennst du den Weihnachtsmann und Coca-Gee? Kennen wir mal nicht für dich an! Das kann ich dann nicht für dich an! Du packst ja in die Haare und denkst fast los! Was mach ich gerade? Scheiße, 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 Scheiße! Ich bin echt ein Hannespanz, ne? Wissen Sie was? Wissen Sie was? Sag mal, wissen Sie was? Eigentlich darf ich heut hier nicht arbeiten! Eigentlich darf ich heut hier nicht arbeiten! Eigentlich darf ich heut hier nicht arbeiten! Weil wenn mein Chef gleich kommt, bin ich am Arsch! Wenn mein Chef gleich kommt, bin ich am Arsch! Weil ich hab hier alles geklaut! Ich hab nämlich einmal in der Vergangenheit ein paar Sachen geklaut! Nein, jetzt kann ich auch noch was! Das ist leider schreckt! Immer die Milchschweige! Nimm das mal! Mach auf und trink das! 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 Du bist so ein Geier, ne? Du bist so ein Geier, ne? Du bist so ein Geier, ne? Schreib mal rum! Ich hab eins für den getroffen! Oh mein Gott! Ich hab eins für den getroffen! Wohin? Ich hab schon gesagt, du fragst hier hinten raus! Hinten raus? Ja komm, mach ich! Wovor ich hier die Polizei rufe! Hör mal! Wovor ich hier die Polizei rufe! Hör mal! Hey! Umarmen! 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 Und bitte ein Stück von der Milch! Umarmen! Ich hab dich getroffen! Wirklich! Oh Weihnachtsmann! Oh Weihnachtsmann! 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 Was ist das? Welle! Jetzt spring hoch! Mach Welle! Eine Welle, Welle! Ich verstehe dich nicht, wenn ich eine Ahnung bin! Ich muss einen Qualitätscheck machen! Ich muss einen Qualitätscheck machen! Kaffee! Gib ihm einen Becher ohne nichts! Und Wasser! Und Wasser! Ich will dir ja nichts Abgelaufenes verkaufen, weißt du? Ich will dir ja auch nichts Abgelaufenes verkaufen, weißt du? Kai! Weißt du, hast du hier die Bude gekauft oder was ich glaube? Ohne Milch! Ohne Milch? Ja! Doch mit Milch! Doch mit Milch! Doch mit Milch! Espresso keine Milch! Aber das ist los mit dir! 15 nach Marlboro, sorry! Was ist los mit dir? Kollege! Heute geht die Fadi ab! Hier, ein Espresso haben wir auch noch am Start! Soll ich rauskommen? Ja, aber da musst du den Juice reinmachen! Nein! Na du Sofa? Na du Sofa? Was gibt's denn eigentlich Sofa, mein Frohen Tomadon? Möchten wir das sagen? Jetzt wird richtig traurig! Richtig, richtig traurig! Ich hab mir grad einen Döner geholt! Ich hab mir grad einen Döner geholt! Komm, geh mal 10 Zinn hinterher! Hab ich nicht! Vorher soll ich denn 10 Zinn haben! Mach deinen Kopf auf den, auf den, auf den, auf den, wie nennt man das? Auf den Tablett, klatsch den Kopf gegen den Tablett, sag so, oh fuck alter! Fuck alter! Doch, der Macho! Geh mal da raus! Mach mal die Kasse auch um dazu! Neh mal die Bierbox neben dir! Die Bierbox neben dir! Sag mal, pack mal rein! Pack mal rein! Pack mal kurz hier rein! Und dann? Vielleicht funktioniert das dann, weißt du? Vielleicht funktioniert das dann! Schwerlosigkeit im Geräusch! Ne, 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 ne! Schwerlosigkeit im Geräusch! So, jetzt lass das da! Und jetzt hol mal zwei neue Bieres, die er haben will! Geh mal mit dem rüber! Dann soll ich zwei Bieres nehmen! Leg dich mal wie einen Seestern hin! Stopp! Du bist richtig betrunken! Red betrunken! 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 So, jetzt versteck dich unter der Theke! Versteck dich unter der Theke! Versteck dich unter der Theke! Und dann sagt, Spaß! Drei! Zwei! Eins! So! Ich bin auf meinem Witzbord heute, ne! Ich bin auf meinem Witzbord heute, ne! Ich bin auf meinem Witzbord heute! Zwei, vierzig! Auf jeden Fall! Hampelmann! 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 Geh mal hinter ihr! Geh mal hinter ihr! Geh mal hinter! Ich hab richtig Angst um dich! Fang an zu weinen! Zwei, vierzig, ne? Geh hin! Hör auf zu viel zu trinken! Hör auf mit den Laufereien! Guck einfach hinter ihr Rücken! Hau mal her! Ich hab schlechte Erfahrungen damit! So, zwei Euro vierzig, lass mich rechnen! Zwei, vierzig Cent sind das, oder? Erstmal Zehner? Ich dachte aber, siebzehn Euro vierzig, siebzehn, 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 siebzehn! Zwei Euro! Zwei Euro! Mach mal so richtig, nur vier Euro! Ja, zwei Euro und siebzehn, noch dabei! Zwei Euro und siebzehn, noch dabei! Du kannst aber auch noch fünfmal drauflegen, und dann gibst du doch mal was! cámit! Fack, 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 fack! Ich bin sehr laut! Ich bin sehr laut gemacht! Zieh deinen Jack aus! Den Pulli aus! Zieh deinen Pulli aus! Und dein Pulli ausziehen! Die wird heiß! Die wird heiß! Die wird heiß! Jetzt schau mal dein T-Shirt aus. So, jetzt wacke ich mit deinen Puppen. Jetzt. Wir haben ja eine Kohlefrisur. 62, so. Die haben eine Kohlefrisur immer. Wie ein Hubschrauberlandeplatz. Wie ein Hubschrauberlandeplatz. Spaß. Was? Hä? Schrei noch lauter. Hä? Schrei richtig laut. Hä? Was ist das? Noch lauter. Schlipp. Hä? Komm, pack den. Pack den. Gib dir einen Klatsch, gib dir einen Klatsch. Die, die. Noch lauter. Hä? Hä? Noch lauter. Noch lauter. Noch lauter. Hä? Hä? Ich kündige den Job. Ich komm mit ihm. Weißt du? Wissen Sie was? Ich kündige den Job. Ich komm mit ihm. Nimm den einfach mit. Pack ihn an den Arm. Ne, ich brauche noch weiter. Hau ab, hau ab, hau ab. Hau ab. Hau ab. ich glaube das reicht oder das reicht ich schaff alles du hast mich klar oder drei milch 1 2 3 der arme junge stand da sowieso eine bierflasche liegt ich auch ein hund das erste video ich feier das übertrieben das ist so die hauptsache wir wollen alle spaßen ein bisschen trendscharmen für euch ist das lustig der sagt sie dich aus das ein kunde ich ziehe mich weil ich weiß was das ding ist mit deinen brüsten bist du bescheuert ich würde das ding du kannst reden wie du willst geschehen ist geschehen deswegen würde ich sagen freunde mein freund nächstes mal ich sollte mein t-shirt aussehen guck mal ob du deine hose ausziehen muss oder nicht ich hoffe es hat euch gefallen ich habe gute laune ich küsse eure augen und gibt einen daumen runter ganz wichtig gebt einen daumen hoch ich küsse eure augen freunde bis zum nächsten mal mit dem zirk an der lecke